Ballermann Starr Icke Hüftgold wird nicht beim ZDF Fernsehgarten auftreten. Er kritisiert die Musikauswahl der Mallorca-Edition und bezeichnet sie als weichgespült. ZDF Fernsehgarten Icke Hüftgold schießt hart gegen die Mallorca-Edition. Diese Ausgabe wird von den Fans des ZDF Fernsehgarten immer sehnsüchtig erwartet, die Mallorca-Edition. An jenem Tag dreht sich bei Modetta Orin. Andrea Kiewel, 58, ihren Gästen und Publikum alles um die wohl liebste ausländische Insel der Deutschen. Am 30. Juli ist es auch soweit. Doch wer alles auftreten wird, ist noch nicht final bekannt. Klar ist allerdings, dass Ballermann Starr Icke Hüftgold, 46, nicht von der Partie sein wird. Der hat sich nämlich kürzlich im Interview mit der Westen abfällig über die Musikauswahl bei der Mallorca-Ausgabe des Fernsehgartens geäußert. Die Musik spiegelt leider null die Wahrheit am Ballermann wieder. Ich rate dem ZDF, den Mallorca-Fernsehgarten, in Lustigen Nachmittag für alte Menschen, umzutaufen. Die wollen keine richtige Mallorca-Musik, sondern nur so einen weichgespülten Scheiß, der auf Mallorca überhaupt keine Rolle spielt. Anscheinend wollten die Verantwortlichen lediglich einen bestimmten Song von Icke hören. Die wollten von mir, Lied mit gutem Text. Da hatte ich, echt die Schnauze voll. Das Darauf hat der Sänger keine Lust und betonte, dass er das alles schwachsinnig fände. Autsch! ZDF-Fernsehgarten, das sagt der Sender zu seiner Entscheidung. Icke Hüftgold werden die ZDF-Fernsehgarten-Zuschauer am 30. Juli also nicht zu sehen und hören bekommen. Doch was sagt der Sender eigentlich zu seinem Gepolter? Das ZDF reagiert gelassen und ließ verlauten. Die Musikredaktion des ZDF-Fernsehgarten bekommt häufig mehr als einen möglichen Titel von Künstlerinnen und Künstlern für deren Auftritt in der Sendung angeboten. Mit dem Final von der Redaktion ausgewählten Titel wollte Icke Hüftgold letztlich aber doch nicht auftreten. Stattdessen auftreten soll Leile Sänger Schürze, der seinen neuen Song Kleine Fee wohl präsentiert. Eingefleischte Fernsehgarten-Fans müssen sich bei jener Ausgabe aber noch auf eine Änderung gefasst machen. Denn aufgrund des Spiels der Frauenfußball-Nationalmannschaft am selben Tag gegen Kolumbien, wird die Ausstrahlung erst um 13.30 Uhr losgehen.